Das darf nicht wahr sein! Aus dem Weg, Bitch. Hey, FSK 12, bitte. Wer ist das? Oh Gott, die Queen. Äh, Regina George. Siehe nicht in die Augen. Du könntest nicht hot sein, wenn du was an dir änderst. Also alles. Willkommen bei Gesundheit und Menschliche Sexualität. Unser erstes Thema lautet Enthaltsamkeit, gefolgt von Kondome und Choking. Du lernst jetzt Dinge, die ich dir nie beibringen könnte. Alles okay da drin? Wir hatten schon Angst, dass du Drogen nimmst oder eine Fehlgeburt hast. Äh. Wir müssen uns als Frauen doch gegenseitig unterstützen. Steig ein, Loser. Willkommen, Katie. Du wirst nie glauben, was ich gefunden hab, dein Burnbook. Mom, mach uns Snacks. Sofort, sofort, Regina, ja. Magst du Kaugummi? Klar. Oh, ich hab gar keinen. Ich wollte... Du bist eine Vollkatastrophe. Aber wir helfen dir, Katie. Wieso bist du so scary verkleidet? Es ist Halloween. Katie, wenn du dich nicht nuttig anziehst, dann slut-shamest du uns. Einfach unprofessionell. Was ist das denn? Dafür lassen wir sie büßen. Wir haben nichts erreicht, außer dass der Red Look jetzt wieder in ist. Dance Break. Wer hat diese Mist geschrieben? Katie hat sie geschubst. Regina hätte wirklich mehr ihren Hintern einsetzen sollen. Guck euch dieses Monster an! Das ist sexy. Der fällt gar nicht auf. Wie eine Titte im Gesicht. Je m'appelle Katie. Inkorrekt. Wer hat einen französischen Namen? Chanel. Non. Céline Dion. Non. Beyoncé. Céline Dion. Céline Dion. Céline Dion. Céline Dion.